In diesem Video geht es um Theodor Fontane und die Frage, was macht einen eigentlich glücklich bzw. worauf sollte man im Leben achten? Hi, ich bin René Träder. Herzlich willkommen im Havelland vor einem Schloss, das ihr vielleicht kennt, zumindest von einem Gedicht. Das ist das Schloss Ribbeck, nämlich aus dem Gedicht von Theodor Fontane, Herr Ribbeck von Ribbeck im Havelland. Ein Birnbaum in seinem Garten stand. 1889 wurde dieses Gedicht geschrieben und das Schloss sah zur damaligen Zeit noch ganz anders aus. Es war viel kleiner und dort war dann eben dieses Doppeldachhaus. Das ist heute hier alles ein bisschen anders. Man weiß nicht ganz genau, ob das Schloss abgebrannt ist oder ob man es einfach so erweitert hat. Irgendwann auf jeden Fall wurde erst einige Jahre, nachdem dieses Gedicht fertig geschrieben war, auch dieses Schloss fertig. Interessanterweise weiß man gar nicht so ganz genau, ob Theodor Fontane überhaupt hier jemals war oder ob er diese Geschichte vom alten Herrn Ribbeck nicht einfach in der Zeitung gelesen hat. Dort stand nämlich geschrieben, dass aus dem Grab ein Birnbaum gewachsen ist und dann gab es natürlich allerlei Legenden. Wie kann denn das passieren? Und schon 14 Jahre bevor Theodor Fontane sein Gedicht geschrieben hat, hat schon eine Enkelin vom alten Ribbeck auch genau diese Geschichte in einem Gedicht verarbeitet. Und im Gedicht heißt es, dass der Herr Ribbeck gestorben ist und dass er noch kurz vor seinem Tod gesagt hat, dass man auf jeden Fall eine Birne mit in sein Grab legen soll. Denn er wusste, dass sein Sohn sehr geizig und knauserig war und den anderen Leuten niemals was abgeben würde. Und so war es dann auch und einige Jahre später wuchs dann aber tatsächlich aus seinem Grab ein Birnenbaum und dort konnten sich dann die Kinder und die ganze Dorfbevölkerung bedienen. Und so hat er also noch ein Erbe hinterlassen. Nur wenige Meter vom Schloss entfernt ist die Kirche, wo der alte Herr Ribbeck von Ribbeck auch beerdigt wurde. Und genau an dieser Stelle soll also sein Grab gewesen sein, wo dann der Birnenbaum nach einigen Jahren rausgewachsen ist. Und zwar genau hier. Passend zum Schloss Ribbeck habe ich natürlich auch einen schönen Spruch von Theodor Fontane heute mitgebracht. Und der geht so. Es kann die Ehre dieser Welt dir keine Ehre geben. Was dich in Wahrheit hebt und hält, muss in dir selber leben. Ich finde den Spruch ganz schön, weil er nochmal daran erinnert, worauf es eigentlich im Leben ankommt. Nämlich gar nicht um das da draußen alles, um den Applaus da draußen, darum von anderen gemocht zu werden, Medaillen abzustauben, Preise zu gewinnen oder besonders beliebt oder berühmt zu sein. Sondern eigentlich nur mit sich selbst zufrieden zu sein, mit sich selbst im Reinen zu sein, eine gute Beziehung mit sich ganz alleine zu führen. Und ich glaube, das ist ja schon eine riesige Aufgabe im Leben. Also sich selbst im Laufe des Lebens immer weiter kennenzulernen, vielleicht auch mögen zu lernen und sich selbst vielleicht auch weiterzuentwickeln und mit all dem, was man ist, was man kann, wer man ist, zufrieden zu sein. Und einfach nur den Fokus nach innen zu richten und viel weniger nach außen zu richten. Also sich nicht zu fragen, was denken die anderen über mich, wenn ich in der U-Bahn sitze, wenn ich durch die Straßen gehe, wenn ich neue Leute kennenlerne, neue Freunde kennenlerne oder auch ins neue Team auf Arbeit gehe. Ich glaube, all diese Gedanken lenken wahnsinnig ab und machen einen zusätzlich nervös, wenn man immer monitort, was denken die anderen, wie finden die einen, sondern dass man tatsächlich nur auf sich selbst versucht, sich zu konzentrieren. Klar, das gelingt nicht immer, aber vielleicht kann es ja eine kleine Übung sein, ein bisschen häufiger im Laufe eines Tages oder im Laufe des Lebens nach innen zu schauen und weniger nach außen zu schauen. Denn am Ende sind wir mit uns und das ist schon Abenteuer genug. Wie seht ihr das? Gelingt es euch, mehr auf euch selbst zu achten, tiefer darauf zu schauen, was euch wichtig ist, wer ihr eigentlich seid und dass ihr ein bisschen ausblendet, was denken andere, was könnten andere denken? Schreibt es gerne in die Kommentare und erzählt vielleicht auch eure Strategien, wie ihr es schafft. Es kann die Ehre dieser Welt dir keine Ehre geben. Was dich in Wahrheit hebt und hält, muss in dir selber leben. Theodor Fontane. Mit diesem Spruch entlasse ich euch für den heutigen Tag. Vielleicht denkt ihr ja nochmal daran. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir doch gerne ein Like oder abonniert diesen Kanal. Dann kriegt ihr noch viel, viel öfter solche oder ähnliche Sprüche zu hören, die euch vielleicht motivieren und zum Nachdenken anregen. Es wird mich auf jeden Fall freuen und dann erst einmal einen schönen Tag, eine gute Zeit für euch, ganz egal, wo ihr heute seid und was ihr heute macht. Ciao, ciao!